9,7 prozent mehr rente ab dem ersten vierten 2024 mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ja meine damen und herren das ist doch mal was eine richtig tette faustdicke überraschung eine rentenerhöhung von 9,7 prozent ab dem ersten januar 2024 aber nicht in deutschland sondern in österreich und zwar hat es ich zeige es ihnen gleich der österreichische bundeskanzler mitgeteilt hier daher nehammer er hat gesagt pensionserhöhung um 9,7 prozent geplant die regierung will die pensionen dieses mal mit der inflationsrate erhöhen drauflegen wolle man nichts mehr und zwar plant der kanzler nehammer von der övp sich beim pensionsplus diesmal an den wert der statistik austria voraussichtlich 9,7 prozent zu halten im gegensatz zu früheren jahren will man da also sozusagen nichts noch mal drauflegen also kein sozialbeitrag oder sowas das sind ja schon bei 9,7 prozent dann milliardenbeträge um die es dann hier mehr geht ja also wenn wir das sehen dass wir 9,7 prozent höhere renten zum ersten siebten zum ersten januar 2024 in österreich haben dann stellt sich natürlich die frage warum ist das in deutschland so nicht möglich in deutschland geht das so nicht weil renten grundsätzlich immer dem lohn folgen das heißt also die renten werte folgen lohnerhöhungen ja und wir vermuten dass es im jahr 2023 eine richtig kräftige lohnerhöhung im schnitt geben wird vielleicht fünf bis sechs prozent vielleicht sogar ein bisschen mehr und dann kann es natürlich auch zum ersten siebten 24 richtig nach oben gehen mit den deutschen renten aber da müssen wir einfach mal abwarten interessant an der österreichischen rente ist auch noch wir haben ja nicht nur zwölf rentenzahlungen sondern wir haben noch eine dreizehnte und eine vierzehnte rentenzahlung das heißt also die österreichischen rentnerinnen und rentner pensionisten genannt werden sich ab dem ersten januar 2024 richtig freuen meine damen und herren das heißt also hier wird es ein fettes sattes lohnplus von 9,7 prozent geben näher was zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel kreppel